so und hier wäre gold ja aber ist kein problem da können wir dann auch so einen block rein bauen wir müssen halt nur aufpassen dass wir langsam in die richtung hier kommen so ein forschungspunkt für bessere training für stoffrüstung dass alle zwerge mehr lebenspunkte erhalten und dann eine treppe und ich höre gezwitscher auch immer das gezwitscher herkommt und da unten werden noch mehr gold da wäre auch mehr gold übrigens also ja das können wir alles mit stein blöcken zu machen das ist kein problem mit holz blöcken so wie ich hier die löcher stopfen will so du bist am forschen unsere beliebtheit ist grad so ok es wird eigentlich zeit dass ich einen zweiten arbeiter rufe auch wenn das ein bisschen auf meine beliebtheit gehen wird aber dem kann ich ja entgegenwirken indem ich noch ein paar pflanzen platziere die bringen drei der halloween kürbis braucht nahrung bringt zwei festtags die festtags gelande nein blattpflanze platzieren wir mal hier blattpflanzen für das erste nachher stellen wir die um und platzieren da steisen rüstung sobald wir es können hier ist ja noch mehr stein drunter ok wir haben noch einen jungzwerg unsere beliebtheit hält allerdings ja das mit dem gold hier und dann verlegen wir das hier noch nach eins nach unten ja man merkt die planungsphase ist schon ein bisschen tricky was wir machen können ist theoretisch hier noch frei buddeln weil in den raum kommen wir noch nicht rein was mich aber dazu bringt dass meine zwerge mehr trainieren müssen so hier unten können sie ja trainieren also das heißt hier zwei holz blöcke später wenn wir genug holz haben natürlich im augenblick brauchen wir das holz ja dringender und ja ich kann theoretisch hier die dritte den dritten forschungstisch dann hinsetzen eigentlich muss ich gar nicht hier großartig viel runter graben ich muss nur die hier freigraben so jetzt haben wir hier auf jeden fall genug platz für den hier oder nein für drei von denen so die bringen nämlich mehr beliebtheit und mehr lagerfläche und kosten nur ein viertel oder die hälfte also wie man sieht der bringt drei und zehn ja ok lagerfläche bringen die nicht ganz so viel dann reiße ich die beiden mal wieder ein warte darauf dass der restliche stein abgebaut wird und baue dann da eine große hin bei lagerfläche brauchen wir auf jeden fall auch sehr sehr viel so dafür können wir die steine hier abbauen was kostet ein forschungstisch genau 60 holz so dann wird der mal hier einfach hingebaut ja das war komisch aber ok bei tomalin haben wir auf jeden fall genug ok da unten ist wieder sehr sehr viel stein und gold und hast du nicht gesehen und ja so blöd bin ich nicht hier drunter ist nämlich ein ereignis raum und dem werde ich nicht rein so jetzt haben wir genug stein für den schrank den ich bauen wollte genau den da nämlich so dann irgendwann die betten austauschen dafür brauchen wir aber wieder mehr gold und hast du nicht gesehen und hey das hier brauchen wir eigentlich gar nicht wieder zuschütten hier können wir eine schatzkammer reinsetzen ja das klingt nach einer guten idee dass wir da ein paar truen reinbauen also das ganze noch etwas verbreitern tiefer setzen und da eine schatzkammer platzieren hey man muss einfach nur kreativ sein und ja ich weiß nicht ob ich nicht doch später das ganze holz nutzen werde um hier zuzubauen also alles zuzubauen einfach dass man es nicht mehr sieht also ja so wieder steinbrücken weil ich genug holz so dann können da die fackeln wieder hin und der thron so und ich kann schon mal anfangen wenigstens das auszukleiden was auskleidbar ist im thron soll so die wand fehlt noch die wand die beiden wände und das war der falsche gegenstand ich wollte hier die Fackel nämlich hin machen jawohl ich glaube den block hier setze ich auf jeden Fall als erstes und hier ist noch mehr stein sehr gut so und dann hüllen wir hier ordentlich aus und dann kommt hier eine schatzkammer hin wo ich noch einfällt nach hinten so mich interessiert eh wie weit es noch in die Richtung geht bevor und wir auch wieder auf undigium stoßen genau genau komm mal runter Kumpel so dann könnt ihr wieder hier hoch und wir haben kein Holz mehr ja wo ist mein Jungzwerg da ist mein Jungzwerg du wirst jetzt ein Arbeiter weil jetzt brauchen wir wirklich die Arbeiter um hier vorwärts zu kommen oh und hier ist schon undigium aber macht ja nichts wir haben jetzt mehr als genug Platz für Truhen hier das heißt hier wird auch alles mit Stein ausge... oh äh ja besseres Militär wir haben noch kein Eisen also würde ich erstmal in Richtung von den Laufschuhen gehen so ok ist jetzt eigentlich unter der Treppe nein und auch die Wand hinter der Treppe stimmt noch nicht so mhm oder der ist oder der ist noch nicht jawohl und Schatzkammer fertig Thronsaal und Schatzkammer sind fertig jawohl ja Holz müssen wir sparen haben wir nämlich nicht genug was sich hoffentlich irgendwann ändern wird oh wir können ich habe nur drei Holzpflanzen für mich auf wenn ich hier noch eine Pflanze setze dann kommt man nicht mehr zum Thronsaal richtig hin da müssten wir immer außen rum laufen wäre das jetzt gut oder schlecht wenn ich hier eine Pflanze hinsetze dann kommt man nicht mehr zu der Pflanze da ok ok jetzt habe ich mal genug Holz um hier den Boden fertig zu verkleiden und auch an den Wänden ne du bist Boden ich will Wand ich will aber mal groß Mauerfließen setzen so nebenbei ja so ist das richtig die so oh das war jetzt zu viel gut dann bottelt mal hier noch aus und dann brauche ich wieder mehr Holz für ja für weitere Trainingspuppen ich will die nämlich erstmal auf ein schönes Level bringen bevor wir uns da rein buddeln also mit einem Durchgang da rein den Raum kleeren und dann einfach hoffen dass alles soweit läuft so wieder wie immer Steinbrücken so 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 weil Steine brauchen wir nicht mehr nicht so schnell gut ich würde sagen wenn ich jetzt so auf meine Uhr gucke ist es mal wieder Zeit für einen Cut deswegen speichere ich das Spiel also zurück zur Welt möchten sie von verlassen das Spiel speichern ja möchte ich wir haben noch nichts abgeschlossen also kriegen wir auch noch keinen Einfluss so dann würde ich sagen machen wir beim nächsten Mal wieder in dem Elfenloch weiter also bis dann